Willkommen zurück zu den meisten Let's Play, ich bin Kira. Ja, das war's nicht. Was? Oh Gott, da bin ich mit dir und schon wieder. Ja, aber nicht böse. Hey, kann doch mal zurück. Ich muss er und er gleichzeitig. Hab ich da. Ich bin zu spät oder so. Man muss genau drücken, denke ich nur, wenn das da steht. Hab ich da auch. Hm. 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 Ich bin zu spät. Ich bin zu spät. Ich bin zu spät. Ja, ich bin zu spät. Ich bin zu spät. Ich bin zu spät. Oh, ecke das Monster! Ja, oh mein Gott. Wie ist das? Shit, man. Dann gucken wir mal, wie du lebst wie siehst. Schau mal, die werden mal leben. Toll, das tut auch nicht viel. Ich hab ihn geschafft gemacht. Was hast du noch denn drauf? Ja, macht's nicht. Ist einschlapp. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ist ja schwer. Wir haben keine Raketen mehr. Egal. Wir müssen das hier so packen. Ich hoffe, die lebt. Bis morgen, ey. Bis zum Freund, komm. Egal. Morgen. Ich hab immer noch nicht geschafft. Mama. Oh, oh. Oh. Ja. Na, das steht mal nie. Die Spankel hat mir oft zu nützen. Scheiße. Weil der bestimmt nur so viel Leben. Ich bin fast alle ausgegangen. ... ... ... ... ... ... BK Brandranaten, mein letzter BK Was war das eine, wo die 5 steht? Der ist starb geworden Was ist das, wo die 5 da steht? Was denn? Das runter Die Maschine Nein, da steht das immer nur im Kein-Sport Neufel Oh Verrasch Verrasch Aber die liegt noch Ja und jetzt Das zum Gesicht kackbar raus Ne, lieber nicht Der drückt sich nicht so an Er ist so schnell Gelb und Sauber Ah Er ist so schnell Gelb und Sauber Er ist so schnell 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 Kr abbiamo Er ist so schnell Er ist so schnell Er Odette Das war's für Bindel. Fertig ist. Der Leid für Langzone. Der Leid im Fall Langzone. Wollen wir uns extra mitnehmen? Hm, glaube ich nicht. Oh, du Angst. Das sah so geil aus. Nimm mal das Gelbe. Stumm, dann hast du ja mehr Leben. Ja, dann sollen wir jetzt mal hier Kack machen. Nein, das liegt dir wieder. Wann nimmt der Sau in die Hand. Wirst du da oben gucken, was noch geht? Hm, ja, das kann ich halt machen. Dann lass mir halt den Cut machen. Da ist noch ein Kraut gewesen. Da unten. Da muss noch kurz sein. Da unten auch noch ein Kraut. Wartel? Wartel? Ja, okay, dann machen wir jetzt mal ja, ab jetzt hier einen Cut. Bei ihm schtioffen. Aha, weiß ich nicht. Bis zum nächsten Mal.